Willkommen zurück bei ARK Crystal 1 Alter Nachmacher Eigentlich wollte ich dich gar nicht haben, aber Egal, nimmst du was du kriegen kannst Ich nehme was ich kriegen kann So, was sind das hier? Hier leuchtet es so komisch in den Kristallen Müsst ihr denn, bleibt immer stehen Und hier kommt aber nichts raus, wenn man da draufhaut Blut Achso, ja Leist euch doch mal zusammen Ja, hier gibt es auch rote Edelstahl Oh ja Blitzt auch ein bisschen Das ist ja cool Elementarsplitter Dann gibt es ja noch dieser komischen Genau, dieser rauchigen Aber da kommt genau das gleiche raus Oh ja Das ist doch schwer, die Ozylotte, ne? Das ist schon mal schön voll Auch durch Edersteiner halt, ne? Ach, die hier Ja, die sind Die kann ich kaputt das Ding Nicht, das habe ich mir auch gedacht, da jetzt Hier sind normale Kristalle, wie man sie kennt Auch da Und zwar wollen wir mal heute Die gefährlichste aller Missionen wahrscheinlich Ich vermute, wir kriegen nochmal gefährliche, aber Na, ich weiß noch nicht Hosen sind schon voll Dann wechseln nochmal kurz Das ist nochmal was erreichbar ist gleich Meinst du, wie sich der Knaller darüber freut? Ja, das ist doch gewohnt So, auf zu In die dunkle Wolke Mit den fiesen Blitzen Das ist der Plan Wer fliegt denn vor? Komm, ja Also wir sind schon halb drinnen Wie man sehen kann Ja, das ist schon ein bisschen schummerig Es blitzt schon gewaltig Also blitzen sehe ich noch gar nichts Nee, ich auch noch nicht Links war etwas Einfach mal hier geradeaus rein Hier über den Berg hier mal ein bisschen Kommen wir schon über den Berg? Wir müssen über den Berg Jetzt sieht man es auch so ein bisschen wolkig wieder Oh ja, da hat es auch gerade so aus Entfernung geblitzt auf jeden Fall Vielleicht sind wir noch dran, ja, ne? Ja Ja Da ist es auch Vielleicht gibt es hier ordentlich rote Loot-Krates, die ordentlich was raushauen Kann man hoffen? Hier oben haben wir eine gute Übersicht darüber, wie oft und wo es blitzt Ja, gruselig Bisschen So, also bis hierhin bin ich vorgeflogen Jetzt wechseln wir durch Jetzt wechseln wir durch Oh Mal gespannt, was hier so alles rumlungert Ja, da unten fliegt schon mal irgendwo drum Das ist ein arg Normaler Hang Oh, normale Fläche gibt es ja auch noch Wird ihr mal dran, oder lasst du mich erst mal alleine hier in meinem Tränen? Nee, nee, du hast erst mal so 30 Meter Vorschwung Nein, ich bin an dir dran direkt Ja Aber nur Agis bis jetzt, ne? Normaler Agis Ja, was ist denn das hier für? Ist das Metall, oder was ist das hier oben? Funny, ne? Äh, Nameless habe ich hier, war direkt unter dir Guck ich, ein 140er Nameless Mache ich vielleicht mal das Licht an, ne? Wart nichts Ich habe kein Licht dabei, also muss ich mich da auf euch verlassen Oh 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 Wenn da leuchtet So kann ich das hier, kommt doch keiner raus Hier, der hat bloß ersetzt Naja So schlimm ist es So, 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 so geht es auch nicht Ich erinnere각, irgendwas ein Baum umgerissen, gerade oder ist was großes dass eine gesundheitsanzeige rechts von mir rechts war ja da da ist acht mensch die gut halte brutmutter 145 aber nur ärgerlich dann möchte ich nicht gegen ihr kämpfen mit 150 hat auch nur 1,5 mehr und leben so ein schäppchen nehmen wir es im gepäck nicht dass sie gleich anspritzt wird man auch wieder nur langsam und was sind das da hinten für geblasen geblasen durchblasen könnte sein so wie sie gebrüllte ich will sagt nur die revier markieren die gleiche hinwinkelt kotzig wenn es wieder kleine spinnen auch level 500 mensch rock tracks gibt es da auch habe ich gesehen gerade ist ja nett hier was sind da drin bist du mal reingeflogen kann man da reinfliegen weil du nicht probier mal aus jetzt sterben kannst du nicht weißt du doch was sind hier auch was bin ich im baum ja irgendwie kann man passiert da nichts rechts von uns ist eine zombie blitzweiber und ein rock drake also ich würde sie gerne als ausstellungsstück in meinem häuschen es ist zu spät jetzt haben sie jetzt müssen was essen ja aber denkt man hält sich ist jetzt naja vielleicht nur nicht landen wo ist denn deine das macht schon nee das war der ag das war der ag ist nicht naja und das ist ein seeker ein seeker ach seeker auch noch naja ausschlagung ist wohl nicht nee leider nicht ja das wird hier sehr schwierig glaube ich die als ausschlagung zu bekommen da musst du mal eine ruhige gegend hier haben das war eine zombie wie waren vor mir level 55 feuer natürlich auch noch das wird nichts die versuchen die leben zu lassen dass ich die mal ausnehmen kann ja wir haben ja wohlweislich einiges für 10 käfig mitgebracht ach so ja wir könnten ja mal da die aggro wird können wir sie irgendwo rein ich kann das hartnäckig ja die sind echt hartnäckig wenn du auch recht schnell sehr nervig oh was 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 denn jetzt hier was denn in der kopf musik naja die spinne wahrscheinlich wenn du da oder der seeker wahrscheinlich immer noch der seeker vom weiter jaja der da dran ist bist du direkt über der brust mit der arbeiter macht ja nichts ne aber die hat schon erstmal ein 500er araneo rausgehauen was ist denn hier mit dem bläschen was machst du denn mit dem seeker hier beide den kann man nicht sehen glaube ich also mit dem bläschen ist anscheinend nix noch mal zwei seeker ja aber ich mache ich klein macht den da oben ja passt doch mal mit zu war doch eben schon da dann hab ich mir gedacht naja ein seeker schaffen die beiden schon ne kriegt man die gar nicht klein ja teilt aber ganz schön aus muss ich sagen aber das ist eine notärgepflege ey wie viel leben hat der denn das ist ein netz das ist ein netz dann haben wir 95 für die stunde entlang da kommen die nächsten beiden ne geh weg doch doch wir sollten gleich mal irgendwo anders hin ja ja lass mal weiter fliegen hier richtung diesen schiefen felsen da ja genau äh ich habe eine liquified wiver an mir dran was die sieht ja cool aus boah die sieht echt cool aus boah willst du haben will ich haben ja die würde ich auch nehmen wollen ja viel spaß wo will die denn hin ich weiß es nicht boah die ich habe mich angerotzt die kam ja auch noch hinten ja ich muss bald mal ein bisschen ausruhen hier 50 hab ich aber zwei seeker hier und die beiden haben sie so das sind doch lecker boah das sie töten oder was und zum ausnehmen nehmen oder was was schaffen sie zu töten ohne aufzuessen ja schwierig ja ja ich kann doch mal mit der zu töten ja boah kann ich nur langsam zuhören boah noch ein seeker jetzt ist sie tot sie ist tot die fällt dann bin da ja direkt neben Lystrix ja ich glaube auch dann mal schnell runter rauf fahren und weg ich versuch's hast du dein heute Messer im Anschlag ich hab's nicht im Anschlag ich muss das anlegen also außer außer die Brutmutter ist nichts da die kommt auch mit schnellen Schrittes also völlig es geht aber du musst dich doch ein bisschen beeilen wenn es geht ja hab ich ja so ein seeker machen sehr nice aber ne es ist doch weiter weg als gedacht ja kann ich auch aufessen jetzt ne jetzt kannst du doch noch aufessen oh Elementarsplitter und Plimär und Tonnen von verdorbenem fleisch cool lassen wir mal hier zum berg würde ich sagen und vielleicht mal eine Pause machen oder so und die wollen seeker los werden ja ich glaub ich hab den letzten also den vorerst letzten gerade mal ja ja was ein geiles Gebiet ganz hemmig war sehr lebensfeindlich aber geil ja ein bisschen düster ja durchaus ziemlich düster die Nacht will ich hier nicht verbringen ich aber wieder nach Hause ich bin jetzt gelandet ja sitze hey oh da ist ja ein bisschen größere Blasen hier jetzt ne ja da ist ne Zombie Giftweibahn auch noch die Level 90 okay oh da sind noch zwei Weibahn ja ja die eine kommt direkt aber die griff nicht was ja oh Scheiße Level 165 oh zähm die mal zähm die mal zähm die mal na klar theoretisch müssen wir nicht zähmen können ne oder was hat der Fionier gesagt hat er uns versprochen wer der Fionier der Fionier der ist schon wieder alles versprochen hat oh nein was ist denn jetzt ich bin in so einem Dings rein in so einer Blase und das werde ich nicht überleben Dünner drinnen da ist es nicht was ist denn da los äh Elektrodinger Ahle Piranjas äh da ist noch da was doch nicht jetzt ist da Wasser drin oder was ja ja Qualität in der Hände was mit der Vogel ich weiß nicht was mit dem ist du bist jetzt allein drin sozusagen ja hier gibt es schwarze Perlen ja komm ich kann dir wohl kaum helfen ich will da nicht rein ne da würde ich auch nicht rein wollen durch deinen ich hole noch schwarze Perlen im Kampf meines Lebens nehm alles bitte ach ein Tintenfisch wie heißt denn dein Vogel der heißt Greenhorn ja das Greenhorn ah das war's für mich macht's gut halt an Greenhorn halt an ich hole gleich hier zurück der Notter ist tot ja das ff ich hab hier jetzt zwei Weiber mittlerweile am Hacken äh ach so ich hab mich schon gewundert wo die alle hin sind wo bist du denn hier oben kreise ich rum wo die Schadenssache ach da alter Schwede bist du bei da oben oder Moment wie kommt ich komme vor 1 weg oh lass ihn mal weiter nehm ich auch noch mit aus also nicht in die blasen würde ich sollte eine kleine empfehlung sofort abgestiegen bin sofort abgestiegen und der vogel kam nicht durch ein wasser deswegen aber da drin ist ja alles da ist elektro da war alles alles hat mich da durch den mangel genommen wenn das noch mal zeug ausnahms jahre dass das schon was hier ist und dann repariere ich meine klamotten und kommen wieder hier schafft das ja da bin ich weit oben was das eine wo die andere gelandet ist die schwarze so bei mir kreist ja auch eine rum die wenn sie vorbei fliegt dann haue ich ihr mal ein wir sind weiter wir sind rund ausgespawnt und zwar gelettrige echt cool und die nächsten fallen rund aus aber die erst mal die elementarsplitter und die schwarzen perlen hier in den kristallschranken ja sollten wir uns da noch mal wieder irgendwo sammeln ja warte ich will noch hier und die eine ich finde die andere finde ich leider jetzt nicht einige hübsche weibern abbauen ach hier sind auch wieder solche kristalle also kristalle von diesen rauchigen kristallen hat hier nichts in der ne da haben sie keinen Wandel zumindest wo seid ihr denn alle die sitzen hier unten und beißen die hübe an dem sitzen und wenn sie dran vorbei fliegt dann warte ich guck mal oh sehr gut die hole ich willst du die auch häuten? ja ja die will ich auch mal häuten ein Glück oh warte da vorne sind das eilten da rum da war irgendwas Kano ist hier einer Kano kümmere ich mich drum will man sie belägt was ist denn weck bei dem Schicksalsoji vielleicht kommen wir nicht hin Bei wem kann ich mich denn hin teleportieren? Warum liegt eigentlich zu allen? Dann komme ich mal zum Weide. Wo? Wo? Das ist eine Zombie-Feuerweihwand 175. Entschuldigung, 185. Wo denn? Wollen wir mal ein bisschen plane Pläne. Da drüben auf der rüben Seite. Da ist sie ja schon. Da drüben ja geradeaus sind wir durch. Flieg mal rüber und bau mal, wir halten die hier ein bisschen auf. Ne, die fliegt euch hinterher. Ne, ich habe es ja eine verpasst, jetzt ist sie an mir dran. Alles gut. Riecht einer noch rüber zu Weide, um die mal ein bisschen zu decken? Kann ich machen, ja. Kann ich machen, ja. Aber ich habe sie an mir dran, also bleibe ich lieber hier. Ja gut, dann gehe ich. Hier ist noch eine... Pjöln hier? Auch noch irgendeine Weiwahn. Los, lass uns Gas geben, komm. Ich bin da Weide, bin da. Jutti rand hier rum. Das ist vielleicht doch nicht die allerbeste Ecke. Welche unten? Sieht aber auch ein bisschen ungemüdelig aus, ne? Ne, hier habe ich jetzt wieder eine Dicke gezahlt, Weiwahn an mir dran, dass ich da nichts mit dem Bauern kann. Ja, dann... Ja, ich habe auch eine gerade an mir. Lass uns mal sammeln und wegmetzeln. Möchte euch nicht drängeln oder so, aber ich bin da noch anderen mit dran. Der Spieler versteckt mich hier. Ja, das wird nichts. Wie wärs denn da ganz gut los? Ja, ich kann mal zum einigermaßen... Muss ja ein bisschen gerade sein, ne? Hier oben bei mir gibt es gerade eine Fläche, die gerade ist. Gerade. Da sind halt auch die Brontos, die ein bisschen wenig auf dem Rhythm haben. Ja. Wo sind die Brontos? Wo sind die Brontos? Wo sind die Brontos? Wo bin ich jetzt dran? Ne, ich hab hier. Nur die Hubern hier an mir dran. Ne, nicht mehr. Die sind jetzt auf dem Brontos, an meiner Ruhe. Aber hier oben ist es ja eben. Kommt man zu mir. Also hier unten ist es nicht besonders unmöglich. Kann das sein? Da gibt's glaube ich auch eine Höhle rein. Ah nee. Ja, das ist möglich. Lieber etwas höher bauen. Ich habe hier oben auch etwas glaube ich... Plachere Stelle, das auch mir Sonnenbegin拜拜 war. Dann, äh, kommst du mal, musst du mal kurz weg? Ja. Ach, Scherz. Bis auf die Weiber ist die Ecke hier oben eigentlich recht ruhig. Äh. Was hat man hier schon lange gegeben? Hast du ja keine Minute Ruhe. Nee, nee, Ruhe hast du ja nicht. Ich hab Spaß, wenn wir jetzt viel hier tatsächlich ziehen sollten. Oh, kann schon schaden, die alle Weiber haben hier. Ja, deswegen. Was ist die? Die geht, die geht. Ich kann nur, wie das schaffe. Äh, nee, das könnte knapp. Stimmt, ein bisschen höher, aber ich kann jetzt eh nicht gucken. Ja, du bist ziemlich hoch. Weiß ich, wer da auch mal rumgekommen wird, ja. Weibern. Kannst du den Level sehen? Na, einigermaßen gerade Fläche. 95. Einigermaßen ruhig. Dafür macht es ja echt übel. Aua. Wollt ihr helfen? Ich würde da, es kommt mal einer, aber... Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ey. Hey. Werd die alle geblitzt, dingst. Oh, mein Gott. Das wird denn jetzt auch noch. Das ist ein Rex. Alter, liquified Rex Rex. Oh, ja. Knochen Brexe. Na ja, du weißt ja. Du hängst ihn um und wolltest das Skelett. Ja, ich muss aufpassen. Direkt dahinter ist ein, wo du so tollstest, der schwebt. Ähm, schwitzst du irgendwo? Die Ecke ist doch nicht so gut. Ich kann ja. Sitze jetzt gerade hier, ja? Oh, die kann ich nicht, die kann ich nicht kriegen und dann komme ich auch zu dir. Ja. Oben ist auch eine einigermaßen gerade Fläche. Oh, da ist er. Den müssen wir uns noch holen. Da muss man auch passen dahinter. Ey. Ja, ich sehe die Blase. Es ist besonders blitzdingsanfällig offensichtlich. Wurde auch kein einziges Mal getroffen. Was ist denn da vorne? Den Sucher sehe ich hier aber auch so Toisties und sonst was, also da ist auch wieder so eine Blase. Ja, ja, die Blase sehe ich. Level 45, den sollten wir eigentlich kriegen. Wie wird's jetzt, ein 45er Rex haben? Ich will ihn töten und da ausstopfen. Achso. Wem kann ich? Äh, warte, komm zu mir, ich setz mich nochmal hin. Ey. Das wurde ich auch geblitzt. Stopp. Ich dachte schon, ich ziehe es an. Das sieht ja auch witzig aus. Aber der ganze Fall ist ziemlich gefährlich hier blitzmäßig. Warte! Ah! Der war das. Ich. Hab nicht da an Bedarf, Entschuldigung. Wohin soll der Zehnkäfig gucken? Boah. Ich weiß nicht, ob die Ecke hier so gut ist. Hier wirst du ja ständig geblitzt, links hier oben. Guck mal. Ja, der Neun. Dann macht er nichts. Man hat hier ne eben ne Fläche und man kann noch ein bisschen, bisschen in Ruhe bauen. Äh, vielleicht hier drüben? Äh, hier einfach hier drüben. Naja, ich komme. Ich weiß nicht, ob es hier viel besser ist, aber ich glaube, man ist hier ein bisschen weit weg von dem Geblitze. Wohin soll ich das Tor bauen? Schon bald würde ich sagen, mal ein bisschen. Müssen wir hier auch den Teleporter mal platzieren, hä? Mal schnell wieder an den Ort des Geschehens zurückgehen können, oder was? Ja, wenn nicht verkehrt hier drinnen. Aber sind sie ganz am äußersten Rand von dem Blitzdings. Ist das hier unten alles Metall? Ja, das ist alles Metall, ne? Sieht mir fast so aus. Ja, ne. Ne? Ne? Das glaube ich nicht alles Metall. Auf jeden Fall, ja. Das alles Metall wäre aber das für ein paar nicht schlecht. Ne, leider nicht. Wohin hat es dazwischen geblitzt. Sind die geblitzt worden gerade? Ne, die hätten nicht, ne. Na gut, dann passt es da drüben. Bin unten auch nicht. Wie heißt das hier? Eldridge Isle. Oder auch Misslingsgebiet. Ja. Ja. So, also da, wo du jetzt sitzt, mache ich das so hin, ja. Ja. Ich hab hier einen grünen Loot-Crate. Da oder noch vorne. So irgendwo, dass du eine vernünftige Einflugsschneise hast. Gucken, was da so drin ist. Dann kann er durchzwängen können. Ich hab hier einen lila Loot mit Ring drum. Da guck ich mal hin. Also es sieht aus wie lila, aber ich weiß nicht, ob es lila ist. Was ist denn schon mal hier noch? Äh, übern Berg. Ah ja. Hab ich grad noch mal gesehen, glaub ich. Aber da ist ein Rock-Track genau dran. Ob es hier auch Eier gibt von den Rock-Tracks? Was? Ja. Da sind 90. Na ja. Verboten mal eher nicht. Ne. Ich denke mal, muss er jetzt noch irgendwo in einer Rock-Weck-Höhle. Aber... Binus gibt's hier auch. Oh. Hm. Schon wieder geblitzt. Ja, ich hab gedacht. Also so ein... Ja, ich auch jetzt. ...spieler hätte ich natürlich auch wärmen. Vielleicht so als... Nur die Haut. Ach so. Aber die Viecher sind natürlich cool hier. Klappen, Gerüst nur. Nur zur Verständigung, liquefied heißt doch eigentlich verflüssigt, oder? Ja. Ja. Ich hab gedacht. Nein! 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 Haha. Also... Jetzt wurde ich geblitzt. Da steckt doch einer in einer Wasserblase gerade schon wieder, oder? Haha. Hört sich bald so an. Weiß Pullover. Ach auch das noch. Schwimmst du den schon wieder mit den Elektro-Ein? Ich? Nee, nee. Nee, nee. Dann mach ich einmal. Alter Vogel, bleib hier. Bitte. Danke. Nee, ich wollte den Lila-Loot looten. Und dann kam so ein dummer Pullover aus dem Boden. Ah, okay. Lila-Loot looten. Das Problem an der Position ist, hier sind echt keine Lüber, ne? Aber eigentlich ganz gut, dann stört uns wie jetzt keiner. Ja, das stunde direkt. Das ist jetzt ziemlich... Das sind wir ganz schön weit ziehen. Dann gab's die, äh, noch die, äh, hoher Feuer, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, meine Performance ist aber echt im Keller hier. Ja. Ich, ähm. Ich würde sagen, wir machen eine Pause, weil es biegt sich gerade an. Mein Spiegel ist abgestürzt. Oh. Äh, dementsprechend. Wir bauen ja eh gerade noch den, äh, Käfig fertig. Ja, so ist es. Und sozusagen sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn, äh, alles steht und wir uns die, äh, übern dann eine nach anderen. Ja, selbstverständlich. Ja. So wird's kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, sag ich mal. Oh, hängt an den Daumen. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.